Hallo liebe Zuschauer, liebe Abonnenten, dies ist mein erstes Video, wo ich probiere, frei zu sprechen. Viel Spaß mit den neuen X-Plane News, los geht die Fahrt, wir fahren wieder. Cairnado veröffentlicht die Saab 340 für unseren geliebten X-Plane 11. Die Saab 340 gab es bereits im April 2018 für den Flugsimulator FSX und Pre-Pair 3D. Ende Dezember 2018 war dann bekannt, dass dieses schöne Flugzeug auch für unseren X-Plane 11 bald rauskommen soll. Wie wir alle wissen, belebt die Konkurrenz natürlich das Geschäft des Simulators. Und so ist der direkte Konkurrent die Les Saab 340, die es für 40 Dollar zu kaufen gibt im X-Plane Store. Doch wie ihr alle wisst, liefert Cairnado Top-Qualität. Und so steht in der Produktbeschreibung, dass die Cairnado 340 mit 4K-Texturen nach Hause kommt, mit PBR-Effekten, detailliertes Design und selbstverständlich volle X-Plane 11.30 Unterstützung. Das FMC wird dann vom Standard-FMC von Laminar Research übernommen. Work in Process Indie Simulations arbeitet an einem Riesenprojekt und zwar den Bau des Airbus A380 für unseren X-Plane 11. Denn wir waren alle schockiert, da Airbus Industries Ende 2021 die Produktion des Airbus A380 einstellen wird. Denn leider hat auch Emirates die Stornierung der um die 30 Flugzeuge abgelehnt und beendet. Denn Emirates soll angeblich auf Airbus A350 und A787 umsteigen. Einen Airbus A380 hat bereits Peter Hager veröffentlicht und diesen gibt es für 60 Dollar im X-Plane Store zum Saugen. Die Homepage von Indie Simulations verlinke ich euch mal bei mir in der Videobeschreibung, denn da gibt es immer neue Neuigkeiten zum Bau des A380s. Wie fandet ihr jetzt meine Sprechkünste mit dem Probieren, ich sag's mal Probieren, freier zu reden? Schreibt mir mal bitte dazu eure Meinung in die Kommentare, da würde ich mich sehr drüber freuen, denn dann weiß ich, wo ich weiter dran arbeiten soll. Das waren X-Plane 11 News mit JK Movies. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich über ein Abo von euch sehr freuen, denn auf meinem Kanal gibt es hilfreiche Tutorials und Nachrichten mit interessanten Livestreams. Danke für eure Stützung, ich habe wieder viel zu viel gelabert. Ciao, ciao, ich bin raus, euer X-Plane Pilot JK.